Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinboot. Heute zum nächsten kleinen Tutorial für die neue Zombie-Map The Final Reich auf natürlich WW2 Zombies. Und zwar gibt es eine Tesla-Kanone, also so eine Art Stab von Origins, bloß in Pistolenform. Und wie ihr den ganzen zusammenbauen könnt, werde ich euch jetzt hier nach und nach Schritt für Schritt, wie ihr es bei mir gewohnt seid, im Tutorial zeigen. Strom müsst ihr auf jeden Fall aktivieren, wie das funktioniert. Das Video findet ihr bei mir auf dem Kanal und sobald es hier online ist, natürlich auch verlinkt. Als allererstes, nachdem ihr den Strom aktiviert habt, müsst ihr hier das Salzbergwerk aufmachen. Und zwar ist es die letzte große Tür, die hier in dem Raum übrig bleibt. Und wenn ihr die nach aufgemacht habt, müsst ihr einfach nur nach unten gehen. Und dort steht eine riesengroße Statue mit irgendwelchen kleinen elektrischen Geräten außen rum. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Easter Egg zu tun. So weit bin ich aber noch nicht. Jedenfalls müsst ihr in der Mitte von diesem Raum, also quasi vor dem Altar, dieses Gerät aktivieren. Und dazu müsst ihr einfach nur mit Viereck draufdrücken. Und jetzt müsst ihr, solange bis eine riesengroße Explosion stattfindet, Zombies auf diesem Altar, also innerhalb dieses Kreises töten. Und dann seht ihr schon, wird denen so eine Energie abgesaugt. Also so eine Art Seelenkraft, wie quasi aus Black Ops 3 auch. Wenn ihr das gemacht habt und alles voll ist, dauert es eine ganz kurze Zeit und das Gerät wandert ein Stockwerk nach oben. Und jetzt müsst ihr hier nur noch, wenn ihr durch dieses Salzbergwerk Mine wieder nach oben gegangen seid, mit der Kurbel diesen, ja, dreieckigen Pyramiden-Sarkophag eröffnen. Wundert euch nicht, das dauert ein bisschen länger. Irgendwann rastet es ein und dann kommt oben das Teil, was wir gerade mit Seelen oder Energiekraft aufgefüllt haben, nach oben und hakt sich in dieser Schiene ein. Jetzt müsst ihr, nachdem der Strom ausgegangen ist und alles ein bisschen creepy finster wird, oben auf der Plattform den Strom aktivieren. Und dann wird dieses ganze Energie-Seelenkraft, keine Ahnung wie wir es nennen, Waffenschmiedenteil, einfach in Bewegung gesetzt und ihr müsst es verfolgen. Jetzt müsst ihr eigentlich nur ganz leicht was machen. Ich habe es hier jetzt mit einer doppelt gepanschten 19-11-Waffe gemacht, kommt mir ziemlich leicht vor damit. Damit müsst ihr in diesem roten Kreis, solange sich das Teil bewegt, Zombies töten. Und immer wenn es stehen bleibt, Zombies töten und irgendwann, wenn es genug Seelenkraft gesammelt hat, kommt es in dieses Gerät und dann könnt ihr das erste Tesla-Kanonenteil aufnehmen. Wie gesagt, die ganze Sache passiert von alleine, müsst ihr nur Zombies töten und irgendwann am Ende des Schienensystems ist es dann soweit und ihr könnt einen Teil der Tesla-Kanone rausnehmen. Wenn ihr dann, nachdem ihr das erste Teil rausgenommen habt, ein bisschen wartet, fährt dieses Teil wieder nach oben in die Mitte des Anfangsraumes von diesem Kommandozentrum und auch hier wieder bleibt es am Ende bei etwas stehen, wo man wieder einen Tesla-Kanonenteil rausnehmen kann. Das Teil fährt wieder zurück und jetzt müsst ihr bitte aufpassen. Wenn ihr zurückgeht in die Kommandozentrale, erscheint der große Zombie mit dem Flammenwerfer. Dem müsst ihr einfach von hinten so richtig eins auf die Fresse geben und dann, wenn er gestorben ist, lässt er seinen Kopf fallen. Und jetzt, ja, klingt lustig, müsst ihr nur den Kopf von diesem Flammenwerfer-Zombie aufnehmen und es zum Altar nach oben bringen. Also zu diesem Waffenschmiedengerät, wo jetzt dieses Elektroteil eingesetzt worden ist. So, das war es eigentlich schon. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch die Tesla-Kanone nehmen. Ihr bekommt eine Trophäe und, ja, im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr das Ganze upgraden könnt. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Euer Mr. Weinwood. Viel Spaß beim Zocken. Ciao.